Viele kennen ja den Begriff Omega-3-Fettsäuren, aber wissen tatsächlich nicht, welche Bedeutung diese Fettsäuren für die Gesundheit haben. Wir schauen in diesem Video einmal, welche Krankheiten und Symptome sich durch eine gute Versorgung mit Omega-3-Fettsäuren verbessern lassen. Mein Name ist Tobias Knob von Knob und Niehaus, deinem Kanal für ganzheitliche Gesundheit. Wenn dir unsere Inhalte gefallen, wenn du gerne mehr über ganzheitliche Gesundheit zu allen unterschiedlichen Themen erfahren möchtest, dann freuen wir uns riesig über ein Like und ein Abo und ich würde sagen, wir starten direkt in das Thema rein, denn Omega-3-Fettsäuren sind sogenannte essentielle Fettsäuren, das heißt sie müssen von außen aufgenommen werden, der Körper kann sie nicht selber herstellen. Jetzt fragst du dich natürlich, aus welchen Quellen kannst du Omega-3-Fettsäuren bekommen? Da wäre an erster Stelle Fisch zu nennen, vor allem das Kabeljauöl, da ist halt der Vorteil, dass es auch Vitamin A und Vitamin D enthält, aber auch Sardinen oder andere fettreiche Fische enthalten viele Omega-3-Fettsäuren. Dann wären noch Eier und Innereien zu nennen, aber auch Walnüsse, Leinsamen und Chiasamen und eine besonders gute Quelle, die vor allem für Veganer geeignet ist, das wäre aus Alben. Die Omega-3-Fettsäuren werden eigentlich unterteilt in sogenanntes EPA und DHA. Die sind im Grunde einfach so eine Art Untergruppierung von Omega-3-Fettsäuren. Zum Beispiel bewirkt EPA im Körper eine sehr starke anti-entzündliche Wirkung. Das heißt, es ist vor allem für Erkrankungen interessant, die mit Entzündungen einhergehen, wie zum Beispiel Rheuma, Darmentzündungen, aber auch Asthma. Und wenn du einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren hast, kann es eventuell sein, dass dein Körper einfach mit entzündlichen Prozessen nicht gut umgehen kann. Hier kann es natürlich auch sein, es muss nicht gleich Rheuma sein, sondern einfach auch ganz normale Gelenkentzündungen oder Reizungen, dass das schon mit einem Omega-3-Fettsäurenmangel zu tun haben kann. DHA ist hingegen wichtig für unser Gehirn, denn unser Gehirn besteht tatsächlich zu 20% aus diesen Fettsäuren und ist somit wichtig für Gedächtnisleistung und Konzentration. Hier fallen natürlich solche Erkrankungen ein wie Demenz, aber auch ADHS. Bei welchen Symptomen können Omega-3-Fettsäuren noch Abhilfe schaffen? Da wäre zum Beispiel einmal das Symptom der trockenen Augen zu nennen. Hier kann aber auch zum Beispiel Vitamin A helfen. Vitamin A ist sozusagen das Augenvitamin. Hier würde man dann tatsächlich auch nochmal so eine Erkrankung hinzuzählen, wie die Makuladegeneration. Weitere Symptome wären zum Beispiel eine Arthritis, Bluthochdruck, aber auch Muskelkrämpfe, Herzrhythmusstörungen, Schlafstörungen und auch Menstruationsbeschwerden oder einer Fettleber. Bei dem Thema Schlaflosigkeit und Muskelschmerzen oder Muskelkrämpfen, da spielt vor allem Kalzium eine Rolle, denn Omega-3 verbessert im Körper tatsächlich die Aufnahme von Kalzium. Deswegen kann es sein, wenn du davon zu wenig hast, dass einfach auch dein Kalziumhaushalt gestört ist. Besonders wichtig zu erwähnen ist auch nochmal, dass wir ja nicht nur Omega-3-Fettsäuren haben, sondern auch Omega-6-Fettsäuren. Und hier ist vor allem das Verhältnis besonders interessant. Denn die meisten Menschen konsumieren zu viele Lebensmittel mit Omega-6-Fettsäuren, haben demnach im Verhältnis zu den Omega-3-Fettsäuren einen Überschuss. Und Omega-6-Fettsäuren sind tatsächlich eher entzündungsfördernd, während wir ja eben schon gelernt haben, dass Omega-3-Fettsäuren eher entzündungshemmend sind. Das empfohlene Verhältnis zwischen diesen beiden Fettsäuren ist eigentlich 1 zu 1. Und jetzt kommt der Schock, das tatsächliche Verhältnis bei den meisten Menschen liegt, zugunsten der Omega-6-Fettsäuren, bei 30 zu 1. Allerdings ist nicht nur die fehlende Aufnahme über die Lebensmittel schuld. Es kann zum Beispiel auch sein, dass du eigentlich genug zuführst, diese aber von deinem Körper nicht genug aufgenommen werden. Und hier ist eine häufige Ursache Probleme mit der Gallenblase oder sogar die Entfernung der Gallenblase. Weil die Gallenblase ist im Grunde ein Speicher für die Galle, die Gallenflüssigkeit, welch essentiell ist für eine gute Aufnahme von Fetten. Und meistens geht das auch einher mit einer schlechten Aufnahme der sogenannten fettlöslichen Vitamine, also nicht nur der Omega-3-Fettsäuren. Die fettlöslichen Vitamine sind die sogenannten EDK-Vitamine, also EDKA. Und deshalb findet man bei den meisten Menschen auch auf dieser Ebene einen Mangel. So, ich hoffe, dieser Einblick in das Thema Omega-3-Fettsäuren war für dich aufschlussreich. Du hast was gelernt und kannst es vielleicht auch für dich und deine Gesundheit umsetzen. Überprüfe einfach mal, welche Lebensmittel du so konsumierst. Schau auch mal, ob vielleicht das Thema Gallenflüssigkeit für dich interessant ist. Da haben wir auch einige Videos dazu auf unserem Kanal. Falls dir das Video gefallen hat, dann kannst du uns super unterstützen, indem du dem Video ein Like gibst und uns ein Abo dalässt. Wir packen dir einmal unsere Empfehlungen für Omega-3-Fettsäuren unten in die Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020